Ich bin sehr raumfahrtnah aufgewachsen, deshalb habe ich diesen Beruf Astronaut habe ich immer nebenher registriert und gesehen, was macht ein Astronaut, was macht ihn aus. Das ist ja nicht nur der Flug ins All, sondern auch, da ist ganz viel Wissenschaft dahinter, ganz viel Forschung und das hat mich immer fasziniert oder ja, ich fand das immer sehr spannend, weil man lernt unheimlich viel neu dazu, ist ständig an der Grenze des Machbaren und das fand ich an sich ein sehr interessantes Berufsbild. Als Wissenschaftlerin ist man, denke ich, automatisch ein Vorbild für Mädchen auch, die sich auch trauen sollen und dürfen, in die Wissenschaft zu gehen und es ist mir sehr wichtig, auch im Alltag, dass man auch die jungen Studentinnen auch anspricht und noch vorher auch die Schülerinnen und denen vermittelt, dass sie durchaus auch sich Naturwissenschaften zutrauen können und da nicht schlechter sind, in keinster Weise als der männliche Part. Mein Mann und ich haben zwei ganz wunderbare Töchter, die sind drei und sechs. Es erfordert viel Arbeit und viel Organisationsarbeit und auch, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, aber wir sind da bisher ganz gut mit gefahren, also dass wir beide voll arbeiten und ich sehe auch jetzt, auch mit dem Training, auch mit den Auslandsaufenthalten, den potenziellen, sehe ich da keine Probleme für uns. Ich gehe sehr viel laufen, das ist für mich eine sehr schöne Sportart, weil wir wohnen auch sehr naturnah. Ich kann dann einfach auf dem Weg zum Kindergarten ein Kind in den Laufschuhe an, ein Kind in den Kindergarten bringen und danach noch eine Runde am Rhein entlang drehen oder durch die Weinberge, Kopf frei kriegen, vor dem Weg zur Arbeit Gedanken machen, was steht so an für den Tag. Das ist für mich ein sehr schöner Sport oder wir gehen auch in der Mittagspause mit Kollegen zusammenlaufen. Das hat noch so ein bisschen Teamcharakter, denn wir laufen auch zusammen den Bonn-Marathon regelmäßig. Mein Vater war bei STS 99, ist er ins All geflogen und hat die Shuttle Radar Topography Mission als Mission Specialist begleitet und das ist ein Topografie-Datensatz der Erde, den ich tatsächlich auch in meiner Promotion in Bangladesch benutze. In meinem Sinne ist es nicht eine Frage, ob der Mensch das braucht. Ich denke, das macht den Menschen einfach aus. Also der Mensch ist einfach ein Abenteurer, der an die Grenze geht, ein Forscher, ein Abenteurer, der weiterschiebt und an der Grenze des Machbaren lebt. Das tun nicht alle Menschen und es ist auch wichtig, Brunnen zu bauen und auf der Erde weiter dafür zu sorgen, dass auch hier sich das Leben verbessert. Aber ohne die Raumfahrt geht es meiner Meinung nach gar nicht. Also es ist keine Frage, denn das ist einfach ein Teil dessen, was der Mensch ist. Ich denke nicht, dass wir es uns leisten können, als Menschheit darauf zu verzichten, denn unweigerlich werden wir irgendwann auch weiter hinaus in das Universum reisen mit dem Ziel Mars. Und da ist es unumgänglich, dass man weiß, wie sich der menschliche Körper in der Schwerelosigkeit verhält, wie sich Materialien in der Schwerelosigkeit verhalten, wie man Pflanzen züchten kann. Denn ohne das zu schaffen, werden wir auch die Erde nicht verlassen können. Worauf es aber hinausläuft, langfristig, denke ich. Mein Name ist Insa Thiele Eich und ich möchte Deutschlands erste Astronautin werden.